Herzlich Willkommen zum heutigen Workout. Heute trainieren wir den ersten Teil des Tiefenretters. Mein Name ist Marco, ich bin heute euer Coach. Meine Kollegin, die Thea links von mir, macht heute für euch immer die Standardvariante einer Übung und die liebe Caro, rechts von mir, immer die leichtere Alternativübung. Wir starten gleich mit dem Warm-up und bevor wir zum Hauptteil übergehen, läuft es immer so ab, dass wir beim ersten Mal immer jede Übung kurz erklären. Das gibt euch die Möglichkeit, eure Variante zu finden und dann starten wir scharf in eine Runde a 30 Sekunden Belastung. Beginnen wir mit dem Warm-up. Erstmal die Schultern locker kreisen. In beide Richtungen, soweit es geht. Und dann wechseln wir die Seite. Sehr gut. Aus den Schultern kreisen wir den Arm kreisen. Schön große Bewegungen. Wir wechseln die Richtung. Sehr gut. Kurz locker machen. Dann lockern wir die Halswirbelsäule etwas auf den Nacken und drehen den Kopf. Erst in die eine Richtung. So weit es geht, beide Richtungen. Noch einmal. Und wir wechseln die Richtung. Noch einmal. Und gut. Damit wir jetzt noch etwas das Herz-Kreislauf-System in Schwung bringen, bevor wir loslegen, enden wir das Warm-up mit dem Air-Swing. Der Air-Swing sieht folgendermaßen aus. Indem wir in eine Skispringer-Position nach vorne gehen. Kommen dann relativ explosionsartig nach hoch. Stoppen in der Höhe und machen das Ganze über 30 Sekunden. Langsam in die Position kommen. Immer darauf achten. Leichten die Knie gehen. Gerade Rücken, Brust raus und hoch. Macht euch bereit. Letzter Teil des Warm-ups. Wir starten 30 Sekunden. Sehr gut. Gerade Rücken, Brust raus. Super. Sehr schön. Gleich haben wir es geschafft. Noch 4, 3, 2, 1. Und locker machen. Entspannt euch eine Minute. Wir gehen jetzt Schritt für Schritt die Übungen des Hauptteils durch und starten mit dem Butterfly Reverse. Dazu beugt ihr euch, soweit es geht, mit einem geraden Rücken nach vorne. Achtet dabei darauf, dass die Brust schön raus ist, dass ihr einen geraden Rücken habt. Hände sind geschlossen. Und dann öffnen wir sie, soweit es geht, nach oben, ziehen die Schulterblätter zusammen und führen die Arme wieder nach unten. Ihr dürft dabei ein Zusatzgewicht nehmen. Die Kollegin nimmt jetzt in dem Fall zwei Flaschen. Das könnt ihr variieren. Oder ihr startet erstmal ohne. Da würde ich sagen, beginnen wir die 30 Sekunden, machen uns fertig und auf geht's. Beine dürft ihr leicht beugen, sodass die Spannung auf der Rückseite der Oberschenkel nicht so weit ist. Schön die Schulterblätter zusammenziehen. Arme, soweit es geht, nach oben führen. Sehr schön. Die Hälfte haben wir geschafft. Noch 10 Sekunden und 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und gut. Locker machen. Die nächste Übung ist das Seitheben. Die erste Übung war insbesondere dafür da, um die Oberrückenmuskulatur etwas aufzulockern, etwas besser zu durchbluten. Und jetzt kümmern wir uns um die seitliche Schultermuskulatur und die Nackenmuskulatur. Die Übung sieht ähnlich aus. Wir gehen ganz locker in die Hocke, legen uns nur leicht nach vorne und bringen dann die Arme seitlich nach oben. Bis auf Schulterhöhe. Bei Schulterproblemen gerne auch etwas tiefer lassen. Bis dahin, wo es beschwerdefrei möglich ist. Sehr gut. Ganz locker in die Knie gehen. Leichte Vorlage. Und dann starten wir in die 30 Sekunden. Ab jetzt. Sehr gut. Auch hier nochmal mit Gewichten oder ohne. Schön die Spannung halten. Super. Jeder in seinem Tempo. Noch 10 Sekunden. Gleich habt ihr es geschafft. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und gut. Locker machen. Kurz die Pause genießen. Wir gehen schon mal in die nächste Übung rein. Das wird jetzt ein kleiner Sprung. Und zwar nochmal zum Schluss, um das Herz-Kreislauf-System etwas in den Schwung zu bringen. Das Ganze nennt sich Side-to-Side. Also wir gehen immer von der einen Seite zur anderen Seite, setzen kurz den Fuß auf, tappen auf und gehen wieder zurück. Und damit starten wir jetzt. Gleich die 30 Sekunden. Erstmal reinkommen. Genauso wie die Damen hinten. Nehmt gerne die Arme nach vorne und zurück, sodass wir noch ein bisschen den Oberkörper dabei haben. Und dann würde ich sagen, starten wir in die 30 Sekunden. In 3, 2, 1. Auf geht's. Jawohl. Schön die Arme nach vorne strecken. So weit es geht, nach hinten ziehen. Super. Sehr schön. Noch 8 Sekunden. Ihr könnt entscheiden, ob ihr dann das Ganze weitermacht und mich erklären lässt. Oder ob ihr die Zeit nutzt, um eine kurze Pause zu machen. So. Offiziell sind die 30 Sekunden des ersten Teils vorbei. Wir erweitern das Ganze jetzt, wenn es möglich ist, durch eine Kniebeuge, eine halbe und erweitern die Übung. Für alle, denen das zu schwer ist, die nicht schwitzen wollen, die machen den ganz normalen Side-Step weiter. Und dann würde ich sagen, starten wir mit den 30 Sekunden. In 3, 2, 1. Und auf geht's. Super. Schön darauf achten, dass bei diesem Squat, bei diesem halben Squat immer die Füße komplett auf dem Boden bleiben, die Fersen nicht abheben und die Knie etwas nach außen geschoben werden. Sehr schön. Arme schön mitnehmen. Super macht ihr das. Wir haben es gleich geschafft. Noch 10 Sekunden, dann gehen wir schon in den Endspurt rein. Und noch 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und gut. Ihr dürft gerne in dem Grundschritt bleiben, bevor wir in den letzten Teil gehen. Und zwar kombinieren wir jetzt diese Kniebeuge mit einem sogenannten Leg Curl und ziehen das Bein nach oben an. Wir ziehen also die Hacke zum Po und der Squat bleibt dabei, wenn es euch zu schwer ist oder aus Kniebeschwerden nicht möglich ist. Macht jetzt wie die Kollegin und fügt dem Sidestep noch den sogenannten Leg Curl hinzu. Wir machen uns fertig. Starten in 3, 2, 1. Auf geht's. Letzte Übung des Hauptteils und dann gehen wir schon in das Cooldown rein. Und auf geht's. Super. Jeder in seinem Tempo. Jawohl. Noch 9 Sekunden. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und super. Macht euch locker. Schüttelt die Beine etwas aus. Jetzt gehen wir noch ganz kurz in 3 Stretching Übungen und dann seid ihr für heute entlassen. Wir starten mit dem Hüftstretch. Das Ganze machen wir stehend, indem wir einen ordentlichen Ausfallschritt machen. Das hintere Bein ist gestreckt. Wir spannen den Po an, schieben die Hüfte so weit es geht nach vorne. Und nehmen dieselbe Seite, nehmen wir den Arm hoch, legen uns leicht nach hinten und zurück, dass wir im Optimalfall eine leichte Spannung in der Hüfte haben, die auch gut und gerne bis hoch in die Bauchdecke ziehen darf. Schön ruhig. Locker atmen. Super. Noch kurz noch einmal tief einatmen. Und ausatmen. Seitenwechsel. Also nochmal. Ordentlicher Ausfallschritt. Po anspannen. Hüfte vorschieben. Arm nach oben, nach hinten und etwas zur Seite lehnen. Tief einatmen. Tief einatmen. Und ausatmen. Kurz noch einmal locker machen, dann kommen wir zu den Schulterblättern. Dafür verschränken wir die Finger vor uns, ziehen dann die Hände so weit es geht vom Körper weg. Der Kopf neigt sich langsam zur Brust hin und wir ziehen die Schulterblätter so weit es geht auseinander, so dass eine leichte Spannung zwischen den Schulterblättern entsteht. Schön halten. Genau. Ungefähr auf Schulterhöhe und schön auseinander ziehen. Tief einatmen und ausatmen. Noch einmal tief einatmen und ausatmen. Kommen wir zuletzt noch einmal zum Nacken, dass wir den auch noch etwas auflockern. Und zwar stellen wir uns dafür ganz locker hin, legen den Kopf leicht oder so weit wir können zu einer Seite unserer Wahl. Die entgegengesetzte Schulter zieht dabei so tief es geht nach unten. Wir dürfen das Ganze auch gerne noch etwas mit der Hand verstärken. Auch hier schön tief ein- und ausatmen und versuchen die Spannung langsam zu intensivieren. Jeder noch einmal tief ein- und ausatmen. Und dann wechseln wir die Seite. Letzter Durchgang. Schulter schön tief halten, Kopf so weit es geht rüberlegen, dass wir eine schöne Spannung im Bereich des Nackens haben. Zweimal tief ein- und ausatmen. Noch einmal. Und ausatmen. So, ihr habt es geschafft. Das war es für heute. Wir hoffen es hat euch gefallen und ihr sucht dann auch nach dem Tiefenretter, dem zweiten Teil. Ich hoffe ihr habt Spaß dabei und wir freuen uns bis zum nächsten Mal. Ciao. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Im nächsten Mal. blackbomast Bis zum nächsten Mal. Wir teilen, dafahren wir mal nachmbas, Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020